Die königlich-sächsische Triangulierung begann vor 153 Jahren. Siehe da, hier steht die Stähle. Schösserholz, das ist ihr Ort. Eine Stähle mit Weltbedeutung, durch das bekannte Unternehmen Wutke Geo Group in Szene gesetzt, definiert diesen historischen Ort. Anlässlich der Einmauung der Stähle entstand ein Kinderfilm. Die Kinder Konrad, Klaus und Anni entdecken den 13. Meridian östlicher Länge. Eine Entdeckungsreise vom Südpol zum Nordpol. Abenteuer Erzgebäude. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017